Hallo, mein Name ist Sebastian Gärtner und ich spiele aktuell beim SV Waldhof Mannheim. Zu meiner Zeit damals beim 1. FC Nürnberg habe ich mich dazu entschieden, direkt nach meinem Abitur mit meinem Sportmanagementstudium an der Hochschule für angewandtes Management zu beginnen. Mir war schon immer klar, dass ich nach meiner aktiven Fußballerkarriere in der Sportbranche tätig sein möchte und ich will eben jetzt schon die Basis dafür legen, um dann auch direkt einsteigen zu können. Das Konzept der Hochschule hat mich dabei vollends überzeugt, da ist den Leistungssport mit der beruflichen Weiterbildung perfekt kombiniert. Ich habe auch leider durch eine persönliche Erfahrung im Jahr 2011 gemerkt, wie schnell es auch durch eine Verletzung in eine andere Richtung gehen kann, weshalb mir dieses zweite Standbein enorm wichtig ist. Deswegen kann ich auch nur jedem Sportler raten und empfehlen, sich ein zweites Standbein in Form einer beruflichen Weiterbildung aufzubauen, um sich auch ein Stück weit persönlich unabhängiger vom Sport zu machen und auch für alle Fälle vorbereitet zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.